Zunächst geht es ausführlich um die Frage, was seit 1945 in der Vorschule der Domspatzen und auch im Gymnasium der Domspatzen geschehen ist. Wenn die Begrifflichkeiten Vorschule und Gymnasium genannt werden, dann sind damit auch die Abteilungen der Chor- und der Instrumentalerziehung erfasst, genauso wie auch selbstverständlich auch die Internate, früher die Heime. Es lässt sich festhalten, dass ehemalige Schüler auch aus den gleichen Schulperioden teilweise sehr unterschiedliche Erwartungen mit ihrer Domspatzenzeit verbinden. In der Vorschule der Domspatzen in Ettershausen und in Pielenhofen beschrieben die Opfer oder diese Institution beschrieben die Opfer als Gefängnis, Hölle und Konzentrationslager. Viele von ihnen schilderten diese Zeit als Schlimmste ihres Lebens, die geprägt war von Gewalt, Angst und Hilflosigkeit. Anlass für die Gewalt in der Vorschule waren stets Regelbrüche eines strengen und teilweise willkürlich ausgelegten Regelkatalogs. Das Fehlverhalten, Schlechtleistung oder nur das Kindsein wurden in Form von Individualstrafen, aber auch von Kollektivstrafen sanktioniert. Die beschriebenen Vorfälle körperlicher Gewalt mit hoher Plausibilität waren zu allen Zeiten im Berichtszeitraum mit wenigen Ausnahmen verboten und strafbar. Ebenso verwirklichten die sexuellen Übergriffe einen Straftatbestand. Die Aussagen der Opfer waren überwiegend hoch plausibel und wurden nur in vereinzelten Fällen mit einer geringeren Plausibilität bewertet. Als Antwort auf die Ausgangsfrage, wie konnte es geschehen, dienen nunmehr drei Erklärungsansätze. Erstens. Ein ausgereiftes System der Isolation und der Kommunikationsverhinderung, dargestellt in drei Formen, dargestellt in Form von aufeinander aufbauenden Kommunikationsbarrieren, verhinderten, dass die Information über Gewalt an die Öffentlichkeit oder entsprechende Aufsichtsorgane gelangte. Zweitens. In den organisatorischen Schwachstellen der Organisationsstrukturen, der institutionellen Zielsystematik sowie des Kommunikationsverhaltens lagen Tatmotive für Gewalt und verhinderten eine entsprechende Gewaltprävention. Drittens. Schließlich sorgten Pflichtverstöße der Eltern sowie Versäumnisse der Stiftungskuratorien, der staatlichen Aufsichtsbehörden und der Angestellten dafür, dass weder im Vorfeld noch danach Maßnahmen gegen die Gewaltanwendung ergriffen wurden. Generell muss davon ausgegangen werden, dass nahezu alle Verantwortungsträger bei den Domspatzen zumindest ein Halbwissen über Gewaltvorfälle hatten, jedoch an der Thematik insgesamt wenig Interesse zeigten. Dies wird bei der Betrachtung diverser Meldungen deutlich, bei denen sich die Opfer kaum Gehör verschaffen konnten. Nicht einmal nach medialer Berichterstattung über Gewalt bei den Domspatzen im Jahre 1989 erfolgte eine adäquate Reaktion. Ebenso stand im Umgang mit konkreten Vorfällen der Schutz der Institution im Vordergrund. Auch deshalb blieben notwendige Reaktionen aus, wurden Opferschicksale ignoriert und teilweise sogar Beschuldigte geschützt. Eine Kultur des Schweigens wird in Fällen deutlich. Mit Beauftragung einer externen und unabhängigen Instanz zur Aufklärung der Gewaltvorfälle bei den Regensburger Domspatzen Mitte 2015 fand ein Paradigmenwechsel statt. Der erheblichen Einfluss auf den Fortgang des Aufarbeitungsprozessers hatte. In einem Beratungskuratorium wurden erstmals Opfer direkt eingebunden. Das daraus entstandene Aufarbeitungsgremium mit Opfern sowie Vertretern des Bistums und der Domspatzen erarbeitete schließlich ab 2016 eine Gesamtstrategie für die Aufarbeitung, die sich aktuell in der Umsetzung befindet. Eine Betrachtung der heutigen Domspatzeninstitutionen zeigt, dass die organisatorischen Schwächen aus der Vergangenheit, die die Gewaltanwendung erheblich begünstigten, behoben wurden. Die Schüler erfahren eine zeitgemäße Pädagogik, es existieren zielgerichtete und regelmäßig aktualisierte Präventionskonzepte. Eine hohe Sensibilisierung für die Thematik ist vorhanden.